Ja, so ist das. Mhm. Ja, was ist mit Davy? Dann Kilo spielt, rennt links an die Zielperson und rechts. Ah, jetzt reicht die Steuerung wieder. Vielleicht alle drei in einen Generator. Ups. Was müssen wir nochmal drücken, wenn das passiert? Weglaufen. Okay. Ich schütze mich, Hero. Hi. Hi. Ja, wo seid ihr denn? Engel, wo reibst du denn? Ich will mit dir kuscheln. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Aber du kommst immer nie. Das heißt erscheinen. Ich komme immer öfters. Oh Gott. Komm, mit mir spielen. Ich wills. Was hat denn die überhaupt für ein Vieh? Was weiß ich nicht. Willst du mal Hallo sagen? Na, eigentlich ist es wahrscheinlich der Zahnarztdoktor. Ich will eigentlich ungern Hallo sagen. Ich will eigentlich ungern Hallo sagen. Weil ich mir vorstellen kann. Weil ich mir vorstellen kann, dass ich das alles aus der letzten Runde wiederkriege. Begrüßt man nicht die Keller? Hallo. 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 Hi. Na, alles rotzscher und kapottsscher? Ja. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ich hab dir doch gesagt, ich hab den Unsichtbarkeitsumhang. Ich bin da wieder abgehauen. Hi. Wer ist hier? Ich bin da nicht. Ich hab so Mami in die Arme. Hi. Das heißt, wenn dann kommt, sie mal mir in die Brust. Und dann müssen wir. Oh, saug einmal stark aber nicht zu viel. Ich möchte ja eigentlich in Ruhe meine Kippe rauchen, aber scheinbar, ja. Komm, Engel, ich will auch mal spielen. Engel ist immer der Meinung, du darfst mich jagen, wenn ich meine Kippe geraucht habe. Machen wir das so? Ja. Nein, weil ich verbrenne mir sonst ein Ficker. Musst du eins wissen, rauchen ist ungesund. Das ist mir doch scheißegal. Oh, ich höre eine Kettensäge. Also, jetzt fange ich hier. Komm zu Mami und hab mich lieb. Ich will nicht kuscheln. Ja, komm doch mal her, ja. Komm zur Meer. Ich hab doch gesagt, ich möchte erstmal eine Kippe zentrauchen. Komm zur Meer. Ich will keine Party haben. Ja. Was machst du denn nur aus? Spiel doch mit den Felsen. Dann braucht er mehr Spass. Shit. Komm, komm mit mir. Hast du wahrscheinlich dazu gelernt, oder? Das war nur ein Superstar. Ja Mai, wo willst du denn jetzt schon wieder? Weg. Weg. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr den Nächsten. Komm rauf! Puss, 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 puss. Ich bin vor dir geflüchtet. Das gibt's doch nicht. Wie kann man so verkacken? Tut mir leid. Hallo. Hallo. Ach nee. Mann. Nein. Ich mag das Spiel jetzt schon nicht mehr. Ich bin wirklich rein drin. Aber ich glaube, die meisten denken sich, wenn wir so viel lachen... Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich bin wirklich nur beim Killerspielen. Mehr nicht. Ja Mai, wo musst du denn jetzt schon wieder hin? Weg. Ich hab Angst. Ach, und erst den Killer an die Arme rennen. Ja. Lass mich doch den Generator machen. Erststatt der Lanetta. Erstfremdgehen wollen? Rennen, ne? Und jetzt wegrennen vor mir. Ja? Ja? Ist doch mit den Liebsten. Mhm. Ja Mai, ich kann doch hier jemanden rumspülen. Ich glaube nicht nicht. Na, ist die Steine voll Lust, oder was? Ich glaube das Einzige überstehen, was du gehörst, ist dich selbst. Mhm. Ich auch. Ach ne, das ist doch nicht cool. Hallo? Na ja, du wolltest doch mit dem Killer ins Bett, also äh... Oh mein Gott, das ist doch doch doof. Mann. Sag mal. Ich mag kein Brenn vorm Kopf, ja? Aber ein Brett von den Füßen. Sag mal, wo musst du denn jetzt schon wieder hin? Weg. Hahahaha. 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 Das finde ich jetzt voll ungut. Hahahaha. Mann, immer ich. Hahahaha. Ja, äh, du hast dich angeboten. Hallo, ähm. Ah, von dem Angebot, mich zu töten. Oh. Aber zum Spielen. Ah. Hahahaha. Hahahaha. Warte, manchmal bist du echt so, so lost. Ich bin immer lost. Hahahaha. 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 Mache, ich bin immer lost. Bist du lost oder lost in space? Beide. Hihihi. Wie war das geblotzt? Weiß ich nicht. Ich habe nur Lost in Space gehört. Ja, danke. Ja, ich mag meinen Haken schon. Häng doch mal auf, du Willen. Versuch mir doch mal zuhlen. Ich bin doch immer lieb. Lieb und nett. Äh, hängst du schön ab? Ja, schon bequem. Es ist schon bequem. Dankeschön. Oh mein Gott. Habt ihr es geschafft? Nö. Wie nö. Weiß jetzt nicht, wie der hinter mir her ist. Einfach renn zum Ausgang. Lauf, Forrest, lauf. Ich glaub du schon, ich kann kein Knallgas geben. Das war's. Komm. Na ne, Ernst? Waaah! Ich werde schon was ausprobieren. Jetzt ist es denn fucking Ernst? Ja. Ich wollte eigentlich nicht sehen, aber es geht nicht. Wir haben mich aber laufen lassen, also kriechen. Du eh ne Bilder. Oder lass mich laufen. Das wäre das beste. Nein. Ach bitte. Nein. Ein Satz mit X, das war einfach nix. Immer in einen Kill. Wir gedenken an Hero Gamer, der heute um 0 Uhr 18 sein Leben gelassen hat. Eine Schweigeminute.